Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Need for Speed Hot Pursuit. Ja, wir hatten in der letzten Folge den Lamborghini Gallardo freigeschaltet als Polizeifahrzeug. Und mal sehen, ob man den hier auch irgendwo verwenden kann. Wollen wir mal sehen, wie schnell du auf einen Notruf reagieren kannst. Ich gucke mal rein, ob man den da benutzen darf. Wo sollte der denn dann sein? Der gehört doch zu schnell einen Satz, oder nicht? Ich gucke mal hier so ein bisschen durch, weil ich würde den schon eigentlich ganz gerne dann nehmen. Hier kann man mit der Corvette ZR1 fahren, auch nicht schlecht. Machen wir vielleicht auch gleich. Und... Äh... Okay. Die Einsatzleitung erlaubt, dir Lufteinheiten anfordern zu können. Bei einer Verfolgung kannst du eine der Helikoptereinheiten um Hilfe bitten. Die Lufteinheit wird versuchen, den Verdächtigen aufzuspüren und ihn zum Anheiz zu bringen. Die Helikopter sind mit Nagelbändern ausgerüstet, die sie vor einem flüchtenden Verdächtigen abwerfen. Die Einheiten haben nur begrenzt Treibstoff, sodass ihr Einsatz sinnvoll geplant werden muss. Okay, das heißt, wir können jetzt auch vor den Autos Nagelbänder sozusagen abwerfen. Aber wir haben hier wieder nicht die Möglichkeit, den Lamborghini zu wählen. Ich frage mich jetzt gerade irgendwie... Ich gucke hier mal eben so durch. Wir können ja mal ein bisschen durchgucken, was hier so angeboten wird. Ähm... Den gibt es hier irgendwie nirgendwo. Wir haben den doch freigeschaltet, da bin ich mir doch... ...sehr sicher. Ich gucke mal hier eben. Also wir haben den auf jeden Fall freigeschaltet, aber der ist da irgendwie nicht in der Liste drin. Aber wo soll er denn sonst sein? Hm. Egal, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem... ...neuen, einen Auto da an. Wir kriegen doch so ein... Genau, hier können wir mit der Corvette ZR1 fahren. Das Elite-Auto von Seacrest County steht da zumindest. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Ist sie halt auch nicht so schlecht, ne? Im Vergleich zu so einem Lamborghini, die Corvette, läuft ja auch schon ganz gut hier. ...R1 mit dem Codenamen Blue Devil ist die erste... ...und über 320 kmh. Sie ist die erste in Serie gebaute Corvette, ...die eine Höchstgeschwindigkeit von über 320 kmh erreicht. Ja, die ist auf jeden Fall ordentlich schnell. Sieht auch nicht so scheiße aus. Und wir fahren hier irgendwo in den Bergen... ...um 17 Uhr. Also am frühen Abend in den Bergen. Ein wenig Bergluft schnuppern. Bin ich mal gespannt. Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Reagiere schnellstmöglich auf den Notruf der Zentrale. Also sowas wie Zeit fahren. Jetzt macht er gleich wieder so eine coole Drehung. Da. Und da geht's auch schon ab. Und die Karre läuft echt gut. ...deine Situation mit hoher Priorität. Alle Einheiten sofort melden. Hatten wir das nicht sogar schon mal gemacht? Oh. Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. So, ich fahre hier immer extra auf der entgegengesetzten Fahrbahn. Weil da kann man immer ganz gut sein Nitro auffüllen. Aber wenn man natürlich so schlecht fährt wie ich... ...in den Kurven ist die Corvette jetzt nicht so gut. Oh Mann, die lässt sich aber extrem träge lenken. Die kommt ja kaum um die Kurven rum. Ich glaube, das wird eine ziemlich beschissene Zeit. Wir haben schon 7 Sekunden Strafzeit. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwie zum Beispiel 7 Sekunden jetzt irgendwie aufholen. Das wird doch nie im Leben mehr was. Und wieder, der kommt einfach nicht rum. Die Karre lässt sich auch kaum driften, obwohl die eigentlich voll den Heckantrieb hat. Und die Zeit läuft. Ja, also die erste Medaille haben wir schon mal nicht gekriegt. Ich glaube, da hat es dann nur für Silber gereicht. Ja, genau. Silber haben wir noch geschafft. Eine Belobigung. Hm, gab leider kein Auto. Ich glaube, da waren wir zu schlecht. Das muss auf Gold werden, ja. Dann würde ich sagen, wir probieren es noch einmal, oder? Einmal können wir es ja noch probieren. Wenn ich diesmal ohne Unfall durchkomme, dann läuft es ja auf jeden Fall auch besser. Dann hätten wir es, glaube ich, sogar geschafft. Weil die 7 Sekunden hätte sogar hinhauen können. So, überspringen wir diesmal die Szene hier. Hallo, ich habe doch auf überspringen gedrückt. Ah. Eine Notfallsituation. Schnell, schnell, schnell. Und er fährt hier mit seinem Poliziauto schön auf Tempo 340 durch so eine Landstraße. So, das läuft ja jetzt schon mal ein bisschen besser. Hier muss man mit dem Auto so ein bisschen mit der Handbremse zusätzlich noch arbeiten. Dann kommt er auch wirklich gut um die Kurven. So, im Hintergrund den Berg mit dem Wasserfall. Hallo? Na, da ist es jetzt aber nicht gut rumgekommen. So, und jetzt schnell aus der Kurve raus beschleunigen. Wieder über 300. Diesmal sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. So, und wieder eine scharfe Kurve. Da musste ich wieder mit der Handbremse arbeiten. Das sieht man dann immer, wenn die Karre auf einmal so ganz extrem schnell nach innen geht. So, diesmal bin ich aber eigentlich echt gut durchgekommen. Also, die Zeit sollte normalerweise reichen. Ui, ui, ui. Aber, es scheint gereicht zu haben. 1,32? Ja, es hat gereicht. Was war die vorgegebene Zeit? Ich weiß es gar nicht. Eine neue Belohnung. Wusste ich's doch. Wenn wir es auf Gold schaffen, kriegen wir eine neue Belohnung. Ein Fahrzeug. Ein Mitsubishi Lancer Evolution 10. Auch eine geile Karre. Als Polizeiauto weiß ich jetzt nicht unbedingt. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber so, als Rallyewagen ist es ein sehr geiles Teil. Ja, und was sollen wir dann machen? Hier könnten wir die Lufteinheit ausprobieren. Ich glaube, das machen wir auch mal. Bei Nacht und im Regen testen wir den neuen Helikopter aus. Und dann nehmen wir aber am besten ein flinkes Auto. Ich glaube, ich nehme den Cayman S. Auch wenn das das erste Auto ist, was freigeschaltet wird. Ich finde den gar nicht schlecht. Könnte ganz nützlich sein, weil er halt eben sehr klein und wendig ist. Auch wenn er jetzt vielleicht keine 330 oder so rennt. Aber wir haben ja auch unseren Helikopter hier. Dreimal können wir den Helikopter rufen. Haben ansonsten allerdings nichts dabei. Und wir sollen den Racer einfach stellen. Ah, ein Audi TT. Naja, das sollte der Porsche erschaffen gegen den Audi TT. Und da kommen wir. Ja, den holen wir uns. Und hier sieht man auch wieder, was das Spiel... Oh. Ja, ich sollte mich mehr aufs Fahren konzentrieren. Uiuiui. Hier sieht man auch wieder, was das Spiel grafisch drauf hat. Bei Nacht und mit Regen und dann dem Blaulicht und so. Das sieht schon alles nicht schlecht aus. Das wird ja, glaube ich, auch die Frostbite Engine benutzt. So, mal sehen jetzt. Das hat ja gar nichts gebracht. Na toll. Da müssen wir ihn halt eben wieder rammen. Na, der hält jetzt aber schon mehr aus. So, aber jetzt... Der hat gesessen. Die Hälfte hat er schon verloren. So, hier um die Kurve gedriftet. Und jetzt hilft er selber was aus. Und er fährt aber in den Trottel da rein. Zack. Der hat auch wieder gesessen. Und er ist in das Nagelband gefahren. Ich frage mich, wo da jetzt gerade der Helikopter herkam. Aber, äh... Ja, mir soll's recht sein. Das lief eigentlich ganz gut, glaube ich. 1,32... Äh, sah nicht schlecht aus, die Zeit. Auch wenn wir anfangs nicht so gut hinterhergekommen sind. Und wieder eine neue Belohnung. Und wieder ein neues Fahrzeug. Ich muss ja sagen, die Fahrzeuge kriegt man hier echt schnell. Ein Porsche Panamera Turbo. Man merkt langsam, kriegt man hier die fetteren Karren. So, was sollen wir denn? Wir können ja mal wieder hier nach unten gehen zum Strand. Und zwar... Ach, genau. Hier können wir mit dem Aston Martin 177 fahren. Es ist der... Ich will das mal lesen. Es ist der teuerste Seriensportwagen der Welt. Also geh vorsichtig mit ihm um. Du kassierst Zeitstrafen, wenn du irgendwas rammst. 8,4 Kilometer. Also müssen wir wieder so schnell wie möglich fahren. Der sieht schon geil aus. Für eine streng begrenzte Anzahl anspruchsvoller Kunden verbindet der 177 fortschrittliche Technologie mit atemberaubendem Aston Martin Design zur möglicherweise begehrenswertesten automobilen Kulzenform. Eine ziemlich coole Kiste. Wir fahren ja abends schön bei sonnigem Wetter am Strand entlang. Natürlich mit ungefähr dem dreifachen Tempo, das eigentlich erlaubt wäre. Aber das kann uns ja egal sein, denn wir sind die Politiker. Mit unserem Schnelleinsatz hier. Und unser Typ hier legt jetzt gleich erstmal wieder einen ordentlichen Drift hin, so mitten auf dem Highway. Na okay, Highway ist es nicht. So, dann geht's schon los. Na, die Kurve habe ich jetzt nicht ganz so sauber erwischt. Geht aber auch noch. Also kann mir einer sagen, was er will. Grafisch sieht das Spiel immer noch aus wie von 2014, finde ich. Ein bisschen schade, dass hier eine Cockpit-Perspektive fehlt, aber die fehlt ja eigentlich so gut wie immer bei Need for Speed. Oder es gab, glaube ich, sogar noch nie eine, außer bei den ganz früheren Teilen. So, und wir heizen hier wieder mit 340 Sachen durch die Gegend. Und jetzt ein Mega-Drift mit Tempo 230. Und wieder auf Tempo 360 hier. Vollgas, Höchstgeschwindigkeit und in die Kurve. Also wir sind auf jeden Fall schnell unterwegs. Ob das jetzt schnell genug ist, kann ich schlecht beurteilen. Mir kommt es jedenfalls sehr schnell vor. Und wieder auf Tempo 360 und... Uiuiui. Alter Verwalter. Nein. Mein Gott. Scheiße. Nein. Komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Gerade noch so geschafft. Wir haben am Ende nochmal 2 Zeitstrafen gekriegt. Hat gerade noch so viel Gold gereicht. 1,50. So, aber jetzt steigen wir nicht mehr so schnell die Ränge auf. Wir sind immer noch auf Rang 4, Officer 2. Und diesmal gab es auch kein neues Auto. Das war aber blöd. So, was haben wir hier noch? Ein schneller Einsatz. Mal wieder. Relativ wenig Rennen gegen BKI. Und ich nehme hier mal wieder den Shelby GT500. Oh, Gewitter, Nacht, 22 Uhr. Ja, ein Tipp, Teste, Abkürzungen. Und noch ein Tipp, drifte schnell durch langgezogene Kurven. Klingt beides relativ logisch. Und ich überspringe das hier mal. So, und da geht es schon ab. Ganz schön düster hier. Oh, na toll. Und ich fahre direkt alles zu Schrott. Der Mustang natürlich auch so ein bisschen ein etwas trägeres Auto. Was mich jetzt hier gerade wundert, das Gewittert, aber ich sehe kein bisschen Regen. Das ist irgendwie. So, da kommt wieder eine langgezogene Kurve. Aber da kann man nicht richtig driften. Jetzt geht die enger. So, und wieder ein bisschen Gas. In der Endgeschwindigkeit ist er natürlich sehr schnell. Auch für einen Ford Mustang. So, da sind wir diesmal ganz gut durchgekommen. Und jetzt können wir uns entscheiden, ob links oder rechts oder was. Ich fahre lieber außen rum. Ah, ich wusste es. Die Kurve war schwer einzusehen. Und das war schlecht von mir. Das Problem ist immer, wenn man einen Rand... Man verliert nicht nur Zeit, sondern man kriegt ja auch noch zusätzlich die Strafen dazu. Oh, das wird diesmal, glaube ich, keine gute Zeit. So. Geben wir mal ein bisschen Gas hier. Wieder auf 300 beschleunigen. Normalerweise müssten die uns doch auch Platz machen, wenn wir hier Blaulicht anhaben. Also ganz logisch ist das jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, okay, wir fahren nicht wirklich wie ein guter Polizist, aber... Mein Gott, wir haben uns eilig. Und wir haben es sogar noch gut geschafft. Ja, was heißt gut? Die Zeit hat auf jeden Fall ausgereicht. Und eine neue Belohnung. Na, was ist es diesmal? Ein Dodge Challenger SRT 8. Als Highwaystreife. König des Asphaltdschungels. Und dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein Rennen. Eins können wir ja auch noch machen. Sechs Racer wurden mit über 321 kmh in der Wüste Richtung Süden gemessen. Stoppe sie. Sechs Stück mit über 320. Da brauchen wir theoretisch was Schnelles. Ist nur die Frage, was unseren Lamborghini kriegen wir ja irgendwie nicht. Ach, ich glaube, ich nehme einfach nochmal den Shell. Ach komm, wir testen den neuen Dodge Challenger. Gerade den Shelby GT500. Jetzt den Challenger sind ja beides so ein bisschen Konkurrentenwürdig. Würde ich mal sagen, von der Leistungsklasse her. Mal sehen, welcher sich besser fahren lässt. 7 Uhr morgens hier bei schönem Sonnenschein. Irgendwo zwischen den Canyons. Nutzt Nitro, um Racers härter zu rammen. Ein Porsche. Noch mehr Autos. Ein BMW. Ein Maserati. Da sind schon ein paar schneller dabei. Aber ob die jetzt alle über 320 fahren. Alle Einheiten. Wir haben eine Notfallsituation auf dem Escort Freeway. So, die sollten wir aber leicht kaputt kriegen. Zumal wir ja auch noch einiges an Verstärkungsmitteln haben. Uiuiui. Uiuiui. Das war knapp. Uiuiui. Uiuiui. Direkt vor euch in Stellung. Und extra schön rein. Jawoll. Na, schneller fährt unser Wagen auch nicht. Und der fährt uns da vorne weg. Ich hole mal den Heli. Mal sehen, ob der was machen kann. Uiuiui. 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 Verdammt, daneben. Und nochmal eine Straßensperre. Verdächtiger hat ein Nagelband umfahren. Genau. Und wieder mitten rein. Haben wir alle gekriegt? Ne, wir haben scheinbar... Wir haben auf jeden Fall zwei gekriegt. Einer fährt noch. Den holen wir uns jetzt mit einem Nagelband. Genau, so ist es richtig. Ah, das war auch ein Dodge Challenger. Ach, da ist noch einer. Na, Junge, komm doch. Ich hole schon mal eine Straßensperre. Na los, fahr rein. Der fährt extra hinter uns? Oder was? Da hat er probiert hinter uns zu bleiben. Dann habe ich eben kurz auf die Vollbremse gedrückt. Und eben mit dem EMP ausgeschaltet. Das Rennen war jetzt eigentlich relativ spannend, ne? Und ich würde sagen, mit diesem spannenden Rennen... Und wir gucken uns noch eben die Belohnung an. Und wir sind auf Level 5. Es gibt gleich drei neue Belohnungen. Und diese drei Belohnungen, die seht ihr... Gleich, in der nächsten Folge.